Ich wollte nur ganz kurz was sagen, weil bevor einige Sachen falsch verstanden sind, ich habe gerade schon mitbekommen, dass er gerade Spenden aufgerufen hat und es könnte sein, dass es da einige Missverständnisse gibt. Also er hat das nicht falsch gemeint oder sowas, es könnte sein, dass man das falsch versteht, weil das Geld ist nicht für uns, wenn man das falsch versteht, sondern es ist für euch, weil wir sind nicht gekommen, um Lohn zu bekommen, dass wir heute hinbekommen sind, nur was man einfach verstehen muss ist, wir haben zwei Moscheen, wir haben zwei Dauer-Zentren, wir haben 60 Dauer-Tische in Deutschland, das heißt wer hier spendet, der spendet nicht für mich, der spendet dafür, dass die Dauer weitergeht, weil jeder kann sich vorstellen, jeder kann sich vorstellen, dass man beispielsweise die Technik, die wir jetzt haben, wir wollen demnächst, wir wollen demnächst dafür sorgen, dass wir jeden Tag Live-Unterrichte auf der Seite haben. Hä? Der ist besser? Wir wollen dafür sorgen, dass es demnächst auf unserer Seite, Inschallah, jeden Tag Live-Unterrichte gibt. Das heißt, dass jeden Tag dort andere Prediger Live-Unterrichte machen. Was braucht man dafür? Da braucht man die Technik für. Das kann man nicht einfach mit irgendeinem kleinen Mikrofon machen, da muss man von zu Hause was machen. Deswegen, diese Spenden sind dafür da, damit man die Dauer weiter ausarbeiten kann. Die Christen, die haben uns überall in den islamischen Ländern den Rang abgelaufen. Warum? Weil die die finanziellen Möglichkeiten haben, weil die in ihren Gruppen 10% von ihrem monatlichen Einkommen spenden. Wir sagen, gib einen Euro, glaub es mir, wenn jeder Muslim, der unsere Seite täglich besucht, einen Euro gibt, stellen wir ganz Deutschland auf den Kopf. Das ist die wichtigste Arbeit überhaupt. Ich sag euch eins, uns rufen jeden Tag Leute an, der eine hat dieses Problem, der andere hat jenes Problem. Wir sagen, kannst du bitte einen Spendenaufruf für uns machen? Wenn wir einen Spendenaufruf für irgendeinen Brudermann, der sich das Bein gebrochen hat, glaubt mir, da geht innerhalb von einer Woche, bumm, haben wir 10.000 Euro auf dem Konto. So übertrieben gesehen, aber so ungefähr. Aber wenn es um Dauer geht, was wichtiger ist als das gebrochene Bein vom Bruder oder irgendeine Krankheit, weil wenn du mit einer Krankheit stirbst, bist du im Paradies. Aber wenn du deine Pflicht vernachlässigt hast, den Islam zu unterstützen, hast du eine Sünde am Hals. Das heißt, das ist das Wichtigste. Diese Leute, die haben überall in den islamischen Ländern, haben die Dauer-Zentren. Geh mal nach Istanbul. Da gibt es 5.000 Dauerzentren von Christen. Die haben ihre eigene Bücherei dort, wo die Bücher drucken, die kostenlos verteilt werden. Die schicken Leute durch die ganze Welt, die nicht arbeiten müssen, die überall ihre Dauer machen. Das geht nur wie? Das geht nur, indem sie, indem diese Dauer, ihre Dauer, ihre Mission durch Geld unterstützt wird. Wenn wir irgendwo in einer Moschee einfach sitzen würden, wir sitzen in einer Moschee, machen dort Dauer mit 10 Leuten, die eventuell zum Unterricht kommen, da braucht man über solche Sachen gar nicht zu diskutieren. Die Moschee läuft. Ja, weil es gibt einige Leute, die erzählen, man soll für Dauer kein Geld nehmen. Wir nehmen kein Geld als Lohn für die Dauer. Nur man sollte die Leute mal fragen, warum wird eigentlich Geld für Moscheen gesammelt? Soll der Imam, der hier Imam ist, der täglich 5 Uhr am Tag hier sein, hier ist, die hören jetzt nichts, dann muss ich doch hier durchreden. So hören die Frauen. Soll der Imam, der täglich hier 5 Uhr am Tag vorbetet, soll der auch noch zwischendurch arbeiten gehen? Da kann er diesen Job nicht mehr machen. Soll derjenige, diese Moschee, meint ihr, die ist aus dem Boden einfach so gewachsen, oder wie? Das ist, weil Leute Geld gegeben haben. Wofür ist eine Moschee da? Eine der Aufgaben der Moschee ist Dauer. Eine der Aufgaben der Moschee ist Dauer. Wir haben nicht eine Moschee, wir haben zwei. Wir haben nicht eine Moschee, wir haben zwei. Das geht alles in diese Arbeit rein. Zwei Dauerzettel, einmal in Braunschweig, einmal in München-Bladbach. Und auf Inschallah werden das noch mehr, Inschallah. Das heißt, es ist eine ganz klare Sache. Man kommt nur weiter, weil es ist nicht mein Verein EZB, Einladung zum Paradies. Das ist euer Verein. Das heißt, wer mit unserer Arbeit einverstanden ist, der kann mitmachen. Und jeder hat eine andere Art und Weise, wie er mitmachen kann. Der eine kann vielleicht Vorträge bei uns machen. Wenn du Vorträge machen kannst, komm vorbei. Vielleicht gefällt mir das, vielleicht gefällt uns das. Weil ich bin nicht der Chef oder irgendwas davon. Ich bin nur jemand, der rumgeht, predigt. Wir sind ein Team, wir geben unsere Meinungen ab und so weiter. Keiner ist wichtiger als der andere. Ich bin nicht wichtiger als der Nordin, der heute aufnimmt. Oder der Ibrahim, der dieses Video schneidet. Jeder Einzelne von uns ist wichtig für diese Aufgabe. Jeder Einzelne. Weil wenn ich hier heute sitze und es ist keiner von euch da, ihr seid genauso wichtig wie ich. Ich bin nicht wichtig, ich bin der Alhamdulillah. Allah hat mir Alhamdulillah die Gabe gegeben, jetzt vielleicht über bestimmte Themen referieren zu können. Aber das ist doch gefährlich. Weil dadurch, dass ich im Rampenlicht stehe, muss ich sehr genau auf meine Nier, auf meine Absicht achten. Für dich, du bringst irgendjemanden mit, keiner beachtet dich. Keiner sagt, mashallah, das war aber gut, dein Vortrag hat mir super gefallen. Wenn du nicht gewesen wärst, dann wären wir, und durch dich habe ich angefangen zu beten, und, und, und. Weil solche Sachen müssen wir uns anhören. Ich meine, auf der einen Seite freut man sich natürlich über das Ergebnis, aber auf der anderen Seite ist es gefährlich. Deswegen sagte der Prophet, wenn man jemanden ins Gesicht lobt, ist, als wenn man ihm Staub ins Gesicht wirft. Deswegen hat der Prophet gesagt, wenn einer einen lobsamen sagt, Oh Allah, das ist so schön, im Deutschen reimt sich das. Bestrafe mich nicht für das, was sie sagen, und mache mich besser als das, was sie denken, und vergib mir das, was sie nicht kennen. Und im Deutsch, wenn einer das zu dir sagt, möge Allah mir vergeben, was du nicht kennst, und mich besser machen, als du denkst, und mir vergeben, was du nicht kennst. Das ist rein und sich das schön. Okay, die wollten erst mal mit Koranlesung anfangen. Ich wollte das gerade kurz, weil der Bruder hat angefangen schon mit Spenden am Anfang. Deswegen wollte ich erst mal etwas dazu sagen. Und wie gesagt, das ist jedem seine Einsam. Ich sage dir ganz klar, wenn du der Meinung bist, dass du etwas Besseres auf die Beine stellen kannst, es gibt bestimmt Leute, die das können, Alhamdulillah, mach das. Und dann investiere dein Geld in dein Projekt. Wenn du der Meinung bist, dass es Leute gibt, die mehr mit dem Geld anfangen können, gib denen das Geld. Wir sind kein One-Man-Show oder irgendwas, sondern wir versuchen etwas zu machen für die Dawa, möge Allah uns in Klaas geben in der Sache, und das war's. Wer mit uns einverstanden ist, bei uns unterstützen will, der soll in unser Boot kommen. Wir sind für jeden offen, wir sind für jeden offen, dessen Herz für diese Botschaft schlägt, dessen Atem für diese Botschaft ist, und der es bereit ist, zu sagen, meine Opferin und mein Gebet und mein Leben und mein Tod sind für Allah, den Herrn der Welt, und er hat keinen Partner. Und dies ist mir befohlen worden, und ich bin der Erste, der sich Allah subhanahu wa ta'ala ergibt. Wie gesagt, normalerweise habe ich nicht mehr die Pläne und die Sionanda geworfen, aber Alhamdulillah.